So, dann erstmal hier rein. So, genau. Dann dich mal upgraden. Du bist jetzt abgegradet, du bist abgegradet. Dich müssen wir upgraden und dann müssen wir gucken, dass wir Honig... ...kriegen. Es gibt kein Zurück! Komm, Marc, jetzt etwas schneller, wenn ich bitten dürfte. Ach ja, äh, Kustall ausbauen. Dann eine Käserei errichten. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Jawohl. Nehmt diese Fackeln. Schon unterwegs. Angriff. Wie ihr wünscht. Ihr habt mein Territorium eingenommen. Sofort. Jawohl. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl. Jawohl. So, Leuchtfeuer. Da ist eins. Okay. Wie ihr wünscht. Alles klar. Alles klar. Ei. Verstanden. Aber ja, jetzt hatten wir halt Möglichkeiten. Also vor allem die Möglichkeit, unser eigenes Eisen und Steine zu bekommen. Ja gut, hier ist das zweite Leuchtfeuer. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Es gibt kein Zurück! Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Wie ihr wünscht. Das dritte wäre dann wohl hier. Jawohl. Alles klar. Alles klar. So, zwei Honigdinger vielleicht noch. Ganz ehrlich, so teuer ist das Holz bei denen nicht. Dann kann ich ein bisschen was davon ausgeben. Kämpft weiter. Jawohl. Kämpft weiter. Sofort. Ja okay. Schon unterwegs. Das können sie wahrscheinlich anzünden. Schon unterwegs. Nicht aufgeben! Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Alles klar. Vielleicht habe ich Glück und kann es noch wieder löschen. Verstanden. Schon unterwegs. Zum Angriff! Schon unterwegs. Wir haben ein Telefonium eingenommen. Ei! Kana hat einen Wagen zu einem Signalfeuer entsandt. Das erste Feuer brennt bereits. Wir sollten vorsichtshalber alle Wagen in Nähe der Holzschalter abfangen. Und wir müssen dieses Feuer löschen. Verstanden. Auf euren Befehl. Ja. Jawohl. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ei! Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Alles klar. Schon unterwegs. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Alles klar. Wie ihr wünscht. Angriff! Wir werden angegriffen! Es gibt kein Zurück! Sofort! Ei! So. Wie lösche ich das Feuer? Brauche ich dazu was? Ich habe es nämlich nicht mehr in Erinnerung. Ein Karren wurde ausgesandt! Sofort! Ei! Das Lagerhaus ist voll! Sofort! So. Jetzt sollte ich Würzhäuser dringend bauen. Die Käserei ausbauen. So. Tavernen halt bauen. Eine hier hin erst mal. Noch eine hier hin. Ah, ich weiß, woher ich Stein gekriegt habe. Ich habe ja... ...den... ...unser Brunnen ist versiegt. Das Stück Mauer abgerissen. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Und einer meiner Brunnen ist versiegt. Alles klar. Nicht der hier, sondern der hier. Jawohl. Verstanden. Kein Problem. Okay. Jawohl. Verstanden. Jawohl. Alles klar. Jawohl. Gucken wir mal, wie das hier drin aussieht. Auch recht gut verteidigt. Ohne Steine. Die Regenzeit hat eingesetzt. Komm, löscht das Signalfeuer für mich. Das wäre gut um den... Oh, der versiegte Brunnen ist nicht mehr versiegt. Gut. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Das ist jetzt doch hier doch uncool. Wie oft habe ich die Steinbrüche hier schon nachgerüstet? Einmal, okay. Ah, Lagerhaus voll. Womit? Mit ein paar vielen Tierkörpern, ne? Ein Dieb könnte ich auch gut gebrauchen. Ei, verstanden. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Sehr schön. Mehr Stein für uns. Auch noch etwas Geld. Das kriege ich jetzt dann aus der Kollekte. Ja, ich muss dann wirklich gucken, dass ich mit einem Rambog oder einem Belagerungszum dort durchbreche. Muss aber wirklich auch gleichzeitig gucken, dass ich... Hier den Steinbruch wieder auffülle. Jetzt nämlich... So, und warten, dass die Regenzeit vorbei geht. dass ich jetzt... ... und dann... ... und dann... ... und dann... ... und dann... Ja, okay, 75 ist besser als gar nichts. So, ich brauche für die Kirche 40 und 250 Gold. Ja, könnte noch ein bisschen dauern. Oh, schön, sie kommen obendurch. Alles klar, die Regenzeit ist vorüber. Das Lagerhaus ist voll. Schau wieder. Schau wieder. Ja, solange sie hier oben durchkommen wollen, soll es mir recht sein. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, Geologen sind leider auch nicht gerade die schnellsten. Und hier könnte ich ausliefern, weil zu viel Zeug hier drin ist. Hallo, liefert bitte euren Stein aus. Ja, nochmal 73 Stein, sehr schön. Das sollte uns dann wirklich reichen.